Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr im Schalter zum neuen Video. Ich mache jetzt mein 8. Intro, weil das Video so unvorhersehbar anders läuft, als es irgendwie in irgendeiner Weise absehbar war. Ich bin schockiert, unter Schock gerade. Die, ihr habt es am Titel gesehen. Nach über drei Jahren Mission ist es soweit. Wir haben den besten Döner Deutschlands gefunden. Für mich ein Erzensmoment. Ich hoffe, ihr zieht euch das Video bis zum Schluss rein. Viele werden den Schluss feiern. Wir machen den direkten Vergleich zwischen der aktuellen Nummer 1, der meistgehasste, aber auch geliebteste Döner Deutschlands, würde ich sagen. Alleine, weil er den Preis auf 10 Euro als erstes gehoben hat. Und gerade jetzt hier bei Tonbul, mir fehlen die Worte. Ihr werdet es am Schluss sehen. Ich sage gar nichts dazu. Guckt euch das Video rein. Unbedingt dranbleiben. Sehr spannendes, gelungenes Video, wie ich finde. Viel Spaß dabei. Lasst gerne in den oben knallen für die Liebe, die ich da reinstecke. Und dann, ja, viel Spaß beim Video. Offenbach, fünf Stunden Fahrt. Das hat sich auch ein bisschen platt aus. Istanbul Kastenspieß. Rein optisch, seit langem mal wieder was, wo ich sage, das Ding könnte auf die 1 in Deutschland schießen. Wir wurden des Öfters aber schon eines Besseren belehrt. Wir gucken uns das an. Ich hoffe, die ganze Fahrt war nicht umsonst. Es wäre mal wieder mega tragisch. Aber optisch ist das Ding krank, krank, kranko ist. Also einer von dreien, wenn überhaupt vier in Deutschland, der optisch das Wasser reichen kann. Lass euch das mal ausmalen. Stellt euch vor, ich wäre jetzt wirklich fünf Stunden umsonst gefahren. Das Ding schmeckt wie der Katastrophe. Ich sage es mal wieder. Ob es ein Gericht ist, ob es dünner Spieß ist. Optik ist das eine. Aber es kann so geil, wie es will aussehen und schmeckt trotzdem für den Arsch. Und ich hoffe sehr, dass das nicht der Fall sein wird. Da ist der Kollege. Habe ich die ganze Zeit im Zoom wieder gefilmt. Oh nein, nicht dumm auch. Oh, scheiße, ey. Ja, da ist er. Da ist er. Wie lange bin ich jetzt auf der Mission, auf der Suche nach dem perfekten Döner, nach dem besten Döner Deutschlands. Das ist echt schon eine lange Zeit. Und ich gebe wirklich jedem Tipp nach, der einfach sehr vielversprechend wirkt. Ob es jetzt hier in Frankfurt ist, ob es in München ist oder sonst wo. Ich mache alles. Japprak Döner und Okak Basi vom Holzkohlegrill. Original türkische Art. Wir hoffen das Beste. Genau im Wohngebiet hier. Finde ich fleisch. Ich habe mich schon gewundert. Überall Hochhäuser hier auf einmal im Laden drin. Vom Feeling her ganz cool. Einen der Chefs habe ich hier am Start. Grüß dich, mein Lieber. Ja, grüß dich. Ja, und noch ein Chef hier am Start. Ja, grüß dich, grüß dich. Ja, ich wollte heute euren Döner testen. Ich habe euch tatsächlich bei TikTok. Ich habe so viele Kanäle abonniert. Dann gucke ich, was gibt es Neues auf dem Markt. Und dann habe ich euch gefunden. Ja, da habe ich euch gefunden. Und ihr habt ja so einen richtig heftigen Kasten Istanbul-Spiels. Hi, grüß dich, mein Lieber. Hallo, grüß dich. Sei gegrüßt. Alles gut? Wir lieben dich, das weißt du. Ja, dankeschön. Ich auch. Hast du uns direkt entdeckt, ne? Ich habe euch entdeckt. Du bist der Hammer. Ich kann deiner Community sagen, dass du wirklich ehrlich bist. Dankeschön. Ich habe sehr viele gesehen, aber du machst es wirklich. Ich hoffe, du sagst die Worte immer noch, wenn ich getestet habe danach. Kannst du ruhig machen. Also, wie du bist, so sind wir auch. Dankeschön. Wir haben nur ehrliche Meinung. Genau, das muss sein. Das liebe ich. Aber dass du so schnell uns entdeckt hast. Wir sind seit acht Jahren im Steakgeschäft. Besser gesagt, das erste Halal-Steakhaus in Europa. Und im Fleischgeschäft seit eineinhalb Jahren. Es war nur eine Frage der Zeit, dass wir in das Döner-Business einsteigen und ein bisschen umrütten. Und seit wann seid ihr hier jetzt? Zwei Wochen erst. Laber, nicht ehrlich? Ja, ja, ja. Guck, wie schnell der Holle ist. Ich bin auch auf dem allerersten. Auch wenn er uns jetzt nieder macht oder hoch macht, ist egal. Aber der ist die Nummer eins. Geil. Also, ich bin gerade selber fasziniert von mir, Mann. Ja, ich bin stolz auf dich. Guter Holle. Guter Holle. Holle macht es. Geil. Wenn du scheiße jetzt, macht das Video weg. Ja, dann macht das Kosta-Bahn-Szena. Oh, guck dir das an. Oh, wild. Hi, mein Lieber. Grüß dich. Und passendes Outfit auch. Also, der ist auch aus der Türkei. Ich kann nur drei wieder Deutsch. Ach, ehrlich? Der ist auch aus der Türkei. Ich kann nur drei wieder Deutsch, sagst du? Ja, wir wollten den original authentisch türkischen Döner machen. Der gab zu viel, diese modernen. Wir hatten einfach die Zeit zurück. Ah, sehr gut. Keine Zauberei. Das raten wir euch. Und ihr habt wirklich Holz sogar dahinter, ne? Habt ihr da Holz dahinter? Das ist Holz. Ach, da ist sogar... Das ist so von Holz gefeiert. Krass, Mann. Wie ist dein Name? Jakub. Ich weiß, dass du das liebst. Ich freue mich. Oh, er kann das. Er kann das. Als wäre er mit dem Dönerspieße in der Hand geboren. Oh, da ist ein dicker Haufen schönes Fleisch. Oh, das macht ihr auch selber hier, ne? Du hast zwei Arten. Ich hab eine Überraschung für dich. Welche Überraschung? Du hast zwei Brote. Ja? Beide top. Und wenn du sagst, lieber den anderen, dann lass ich den anderen. Okay. Du darfst mitmischen. Ja, den feier ich. Und dann haben wir den hier, der bisschen flüssigere. Zu 80 Prozent wollen die... Weiß, was immer mein Traum war, weil Fair hat's Döner. Er ist sehr beliebt, aber manche würden auch sehr gerne den Döner mal einfach mit dem normalen Brot probieren. Den hab ich auch. Das ist nicht gefüllt. Also hier ist ganz viel mit Luft gearbeitet. Das ist ganz einfach wie eine Wolke. Also nicht mal Wolke. Hier ist Luft drin. Nur unten ist Teig. Das ist ein Gedicht, Jakob. Jetzt kommt der noch frisch aus. Den kannst du jetzt machen. Der ist auch jetzt halbe Stunde alt. Das ist das Fairhat-Brot, Leute. Nur Fairhat macht ohne oben Körner. Und natürlich ist es nicht das Gleiche, aber es ist ähnlich. Ich hab fünf Stunden nichts gegessen. Ich muss essen bis zu Döner. Ja, okay. Den ersten bis zu Döner. Also ich werde dir eine ganz ehrliche Meinung sagen, wenn ich sage, das eine macht keinen Sinn, dann werde ich dir das sagen. Das machen wir auch. Okay. Wir hören auf dich. Du bist der Dönerpfann. Die Erfolgreichsten haben auf mich gehört. Ja. Da ist das Holz hinter, Leute. Das ist so hell. Meine Kamera kommt gar nicht klar damit. Ich wollte heute eigentlich drei Videos machen. Ich glaube, ich mach nur eins heute. Nur hier. Bist lange hier. Ich überrasse alles hier. Was für Fleisch benutzt ihr dafür? Das ist ganz wichtig. Wir benutzen knapp 80 Prozent Rind. Was für Rind? Diese Jungbulle. Jungbulle, ja. Ja, unbedingt. Und nur bestimmte Anteile mit Lammau. Mit Lammau. Aber ganz, ganz gering. Wir haben den, wir haben den nicht original, den türkischen 1 zu 1 gemacht, den wir haben den deutschen Gauen gemacht. Wegen deutschen Gauen, das ist wichtig. Das muss die Nummer eins bleiben, mach zu. Du sagst, das muss die Nummer eins werden, was machst du zu? Ja, ich akzeptiere keine zwei. Wenn das hier nichts wird, dann darf ich die Scheiben einwerfen. Dann kannst du den dazu machen. Scheibe einschmeißen nachts? Ja, alles klar. Nicht Scheibe, nein. Ich will Scheibe einschmeißen. Nein, so schlecht ist der nicht. Und ihr wollt das sogar Franchise machen, ne? Sehr wahrscheinlich. Wir bereiten gerade Verträge, weil die Nachfrage, du kannst nur an unsere Seiten lesen, über 20.000 Kommentare, die nur sagen, hier Stuttgart, Berlin, München, Wien, die wollen den unbedingt haben. Und das Gute ist, wir haben dieses Know-how, wir haben die Zerlegehallen, wir haben die ganzen Vorbereitungsräume und die Mitarbeiter dabei. Also wenn das der beste Döner Deutschlands heute wird, dann machen wir das. Wenn es nur Nummer drei wird oder so, dann... Nicht, dann erschießen. Falls morgen kein Döner mehr gibt, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid, Leute. Hier ist die Begründung, im Titel seht ihr sie. Dann fangen wir an mit dem Ferhat-Döner, werden ihn so probieren. Der ist frisch rausgekommen. Der ist frisch rausgekommen? Okay, dann nehmen wir erst den. Das ist Sekundenarbeit. 140 Gramm. Okay, jetzt gucken wir. Das ist ein Engel vom Himmel gezahlt. Guckt euch nochmal den Kollegen an. Das ist ein Traum. So leicht das Brot, also als hätten die das des Todes lange gehen lassen, wäre da zu 90 Prozent Luft zwischen. Also eine Sache ist todeskrank, und das habe ich so auch noch nicht gegessen, die Kruste außen vom Fleisch. Es ist auch ganz anders als bei Ferhat, ganz knusprig und intensiv, was in die Tiefe geht, wenn diese Röstung stärker wird. Und einfach dieser intensive Röstgeschmack, aber ganz böse doll. Schöner Salzgleich. Wisst ihr, was ein großer, bisschen selter Punkt ist bei dem Döner? Auch bei Ferhat habe ich mal einen Döner gegessen. Ich habe extra einen Kollegen mitgebracht, was Deutschland an dem Tag hatte, nicht performt. War ja auch privat da. Das Fleisch war zu spät abgeschnitten. Dieser Punkt, wo das Fleisch rosa inwässt und außen kross, was auch dafür sorgt, dass es so saftig ist, das war in dem Moment nicht gegeben. Und ohne Soße war in dem Moment trocken. Damit will ich sagen, hier kann auch in der Hinsicht einfach ganz viel schief gehen. Das ist eine Momentaufnahme gerade. Ganz anderes Geschmacksbild als bei Ferhat. Ferhat ist fleisches herber. Ferhat benutzt auch keinen Jungbullen. Das merkst du hier, das ist ein ganz anderes Geschmacksbild. Was ja nicht negativ sein muss. Ein wildes, edeles, edeles, edeles Ding. Guck mal, das Brot. Böse, heftig. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das kann der beste Döner Deutschlands sein. Jetzt ist es, wie ich eben gesagt habe, ein ganz schmaler Grat. Wir müssen ein ganz klein wenig früher das Fleisch abnehmen, damit die Sachtigkeit von hinten, damit es nicht zu doll durchgebraten war. Denn ein Stück war ein bisschen trocken. Das ist ganz, 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 ganz böse. Es gibt nichts, was schwerer ist im Handling als dieser Döner. Es ist eine Sekundenarbeit. Wir gehen jetzt, boah, ich fange an aufgeregt zu werden. Wir gehen jetzt in die Runde mit Ferhartsbrot. Da müsst ihr das genau hinkriegen. Ich gehe jetzt zum Jakob, gebe ihm einmal Feedback. Okay, pass auf Jakob, ich gebe dir mal Feedback einmal. In Deutschland gibt es, was ähnlich ist, vom Spieß her nur Hamburg, Antep Grill und dann gibt es noch Edduniasi in Berlin. Edduniasi schneidet zu dick das Fleisch, die kommen nicht an eures ran. Hamburg ist eine kritische Sache. Die kommen vom Fleisch her ran, aber die haben kein Brot und die haben nicht das Vernünftige außen drumrum. Ihr habt ein ultra heftiges Fleisch. Von der Röstung außen, Geschmacksbild, krass. Ich sage dir so, wie es ist, wenn ihr den nächsten Döner schafft, von der Verweildauer am Grill, einen ganz kleinen Moment weniger, aber außen trotzdem kross, damit es innen noch ein klein wenig saftiger ist, dann könnt ihr es auf die 1 in Deutschland schaffen. Ich glaube, da habe ich eine Show-Einlage gemacht. Ja, also kross war geil, aber innen noch ein bisschen saftiger. Nein, ich habe wegen dir da die Show-Anlagen gemacht. Hat er Show gemacht, ne? Wir stören den nicht, er sollst du es machen, dann sitzt du es. Okay, machen wir so. Ich habe den gegessen, bevor du gekommen bist. Ja, okay, dann sollten wir ihn diesmal nicht stören, weil das kann die 1 in Deutschland sein. Ja. Das kann die 1 wirklich. Wirklich? Ja, ich bin richtig aufgeregt. Ich akzeptiere dich. Ich will keine 2 sein. Ich akzeptiere keine 2. Aber ich sage dir auch eins so, wenn das Fleisch gleich wieder mit einem leichten Trockenheitsfeeling wie eben kommt, dann kann es nicht die 1 sein. Okay. Aber immer noch weiter oben. So kommt der nicht, das weiß ich schon. Ich freue mich jetzt hier. Aber eins kann ich dir sagen. Ja. Ich werde dich auf jedes Mal, wenn du kommst, mehr überraschen. Wenn du jetzt nächste Woche kommst, sagst du, was war das? Ja. Du kommst in einem Monat und sagst, was ist das? Ja. Das ist so mein Ziel. Okay. Das will ich machen. Jedes Mal besser. Ihr seid am Anfang gerade und liefert das ab, das ist stark hier. Also stark ist das. Das sind auch so Zauberjungs. Das sind die Zauberjungs. Das ist hier der große, kleine, große Bruder, kleine Bruder. Da kommt das Zauberjungs. Stark sieht das aus. Das kriege ich gleich direkt frisch, ne? Ja, das kannst du jetzt. Hast du schon mal Döner drüben gegessen? Ja. Stark, ne? Das ist stark. Sehr lecker. Ich war überrascht eben. Ich habe ja auch noch ein paar Köstlichkeiten, ne? Hier ist eine Bäckerei. Auch noch Frischbacklava und alles. Traum, 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 Traum. Hier habt ihr auch noch. Und schöne Torten. Guckt mal, Leute. Jakob hat lange gebraucht, um die Jungs an den Start zu kriegen, die er hat. Die Gesetzeslage, dass er die einfach rüberholen kann, ohne weiteres. Das gilt erst jetzt. Grüß dich, mein Lieber. Serkan, wie hat ihn geschrieben? Wir haben geschrieben, genau. Oha, Serkan, mein Lieber. Der kleine, große. Das ist für die türkische Küche, der weiß, was Geschmack ist. Der hat diesen Know-how, der hat 50 Jahre alt und der weiß genau, die Jungs in Hand zu haben. Und Serkan ist für Management seit acht Jahren an meiner Seite. Okay. Und der andere Kleine? Ich bin der Visionär. Ich träume. Und wer ist untenrum der Größte von euch? Das ist sogar noch ein bisschen krosser als das eben, Jakob. So, viel Spaß bei Runde zwei. Boah, seht ihr das? Wie saftig. Und so muss das. Hat es euch geschmeckt, ja? Ja, das freut mich. Das ist wirklich Handwerkskunst im ganz hohen Format. Habt ihr gesehen, wie fettig das Brot schon war vom Spieß, wo die das da drangerieben haben? Das ist die Kombi, Leute. Dieses Brot mit Fleisch und Enzymen. Brot, anders als bei Pferd, hat auch diesen Matschigkeitscharakter von innen. Anders. Ohne, dass du kommentieren, ob schlechter oder besser. Anders einfach. Ich vermute, jetzt bin ich zum Fett gekommen, wo das Brot eingefettet wurde. Das war ja nicht überall. Meine spontanen Gedanken. Fleisch vom Salzgehalt und so weiter. Von der Würzung, perfekt. Fleisch bis zur Hälfte des Döners, circa. Ganz klein bisschen Wumms gibt es für den Perfekten, für den Perfekten wohlgemerkt. Nicht negativ, einfach für den Perfekten. Wir suchen den Perfekten. Dann kam jetzt zum Einmal ein ultimativ kranker Geschmack. Ich kann den nur mit dem Fett begründen. Nicht zu beschreiben, einfach intensiv, einzigartig, geschmackserweiternd. Oh, vergleich zu den anderen Istanbul-Spießen. Altenia, sie schneidet zu dick. Hamburg, Geschmack vom Fleisch an sich super. Haben keinen richtigen Döner an und für sich. Die haben das nur für mich gemacht und im Düringbrot. Das Dönerbrot ist nicht ausgereift genug und das haben die eigentlich nicht mehr in der Karte. Gesamtspiel Deutschland vor diesen Istanbul-Spießen ist das der Stärkste. Die schneiden dünn, die schneiden gut. Das Fleisch ist heftig. Pferd hat zum Beispiel noch den Punkt, wenn man Pferd jetzt mit rein nimmt. Zwiebeln werden zum Star in dem Döner. Dieses Superlativ in dem Sinne würde ich hier nicht nehmen. Ist aber auch kein Muss. Und Pferd ist, wie gesagt, noch kerniger. Das einzige Problem, wenn ich es so ausdrücken darf. Ähnlich wie beim Lava-Grill in Delmenhorst, Nähe Bremen. Dadurch, dass sie dieses Jungbullenfleisch nehmen. Jungbulle ist zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit Rind, einfach nicht so kernig, nicht so intensiv, nicht so tief. Der hat nimmt für diesen Spieß Rindfleisch. Das hier ist krank, Leute. Krank, 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 kranker Döner. Aber im Vergleich leicht schwächer. Man muss doch bedenken, wie lange haben die Döner, die oben in der Liste stehen, um zu dem Punkt zu kommen. Die bestehen seit zig Jahren. Der ist seit zwei Wochen am Start. Aber er wird eine kranke Bewertung kriegen und die Bewertung sieht ihr gleich. Ich gebe euch jetzt mein knallhartes, ehrliches Feedback. Ihr habt einen ultra starken Döner. Ihr seid auch im Deutschland-Ranking safe drin bei mir. Eine Verbesserung, die ich äußern würde. Ja. Wenn man es jetzt vergleicht mit den anderen Kastenspießdönern. Die haben alle keinen Jungbullen benutzt. Die benutzen alle Rind. Das führt bei euch, dass so ein bisschen die Intensität fehlt, die beim anderen drin ist. Dafür schneidet ihr besser. Ihr habt auch besseres Brot. Aber im Gesamtding, sage ich, komme ich nochmal in drei, vier Monaten wieder. Jetzt habt ihr erstmal neun von zehn Punkten von mir gekriegt. Aber beim nächsten Mal, da habt ihr vielleicht da nochmal ein bisschen nach. Ihr seid in zwei Wochen alt. Aber stark. Also an alle Leute, das müsst ihr testen. Das ist ultra krank. Und ich fand den ersten sogar noch besser als den zweiten. Ich sehe, du bist enttäuscht, ne? Ich bin enttäuscht. Scheiße, das tut mir leid. Mach zu, ich schlag dich. Trotz allem, glaube ich, das ist ganz oben normalerweise. Das ist aber ganz stark. Ich fahre seit dreieinhalb Jahren durch ganz Deutschland, teste jeden Döner. Und ihr seid in der Top Ten drin. Nach zwei Wochen, nach zwei Wochen. Aber trotzdem. Scheiße, das sieht fast aus, als hätte ich dich zum Weinen gebracht. Du musst nochmal. Scheiße. Ich komme nochmal. Versprochen, versprochen. Ich komme nochmal. Sag, wann ihr soweit seid. Und dann komme ich wieder. Das verspreche ich euch. Okay, pass auf, Leute. Das mache ich selten. Jakob ist so ein ehrgeiziger Hund. So ein ehrgeiziger Hund. Ich merke, ich habe ihn richtig hart getroffen damit. Und er sagt, er kann die erste Variante. Kannst du noch einmal besser abliefern? Ja, weil wir müssen ehrlich sein. Weil du bist ehrlich und deine Meinung zählt für mich sehr, sehr. Weil das ist, das soll ja auch authentisch auch richtig. Das ist ja auch so. Wir haben ihn gestört. Wir haben ihn einfach wegen der Show. Der hat ja immer wieder gezeigt. Und das erste Döne war einfach zu trocken. Okay. So schicken wir den niemals raus. Und denen sollten wir wirklich eine Chance geben. Okay, dann nehmen wir noch mal eine Runde. Wir nehmen noch ein. Weil die hat ihn einfach gestört. Ja? Da hat er verkackt. Ja, verstehe. Da haben wir ihn ein bisschen abgelenkt. Dann gebe ich dir noch eine Chance, Jakob, weil ich die richtig gern mag. Geben wir noch mal eine Runde jetzt mit dem Eindüller. Ich nehme mir den. Der sieht schön dunkel aus. Ich mag gerne dunkel. Nur Zwiebel Tomate nehme ich ab. Oder denkst du, ich sollte auch mal mit ganz bisschen Soße nehmen? Ja, mach das. Wir haben speziell Soßen. Wir haben scharfe Soßen. Dann nehme ich Nevena Mussel mit Zerzicke. Ganz dünn. Ja. Ganz dünn aber nur. Guck mal, da ist es noch rosa. Da ist es noch rosa. Das war vorhin nicht wahrscheinlich, Jakob. Okay, danke dir, mein Lieber. Also ich muss auch dazu sagen, mich fragt normalerweise niemand, ob ich noch mal testen kann. Nicht so, dass ich bei jedem der Nein sagen würde, bei ihm ja. Das fragt normalerweise niemand. Diesen Ehrgeiz will ich belohnen. Den Titel werde ich dir nennen. Dönermann diskutiert sich ins Deutschland-Ranking. Fleisch ist besser. Gewisser Eigengeschmack ist da. Gewisser Einzigartigkeit ist da. So eine Unternote, so ein Beigeschmack vom Fleisch. Wo du weißt, das ist das Fleisch oder das gehört zum Fleisch. Oder vielleicht ist es auch das Fett vom Fleisch. Aber es ist ein ganz heftiger Eigengeschmack. Also nicht intensiv, aber geil heftig. Haben eben die Körner mit rein. Der Schwarzkümmel, der Sesam. Ich war vorher nicht da. Da ist immer ein schöner Impuls davon reingeschossen. Diagnose. Weshalb die anderen zwei Runden nicht gepasst haben. Erste Runde. Zu trocken. Hat er, glaube ich, echt nicht aufgepasst wegen der Show. Er hat ja nun mal viel Show gemacht. Zweite Runde. Das Fährhat Brot ist noch nicht ausgereift. Nimmt zu viel Platz. Zwar positiv, weil das in einer Hinsicht so geil ist und es einfach heftig schmeckt. Aber es stiehlt ein bisschen dem Fleisch die Show, dass dieses Brot ausgeklügelt hat für den Döller. Ganz liebliche, kranke Unternoten, ganz böse, dieser Geschmack, wo ich die ganze Zeit von rede, dieser dezente, geile, neuer, auch unbekannter für mich Fleischgeschmack, der da mitschwingt, jetzt gerade auch noch mal noch ein bisschen stärker wurde. Er ist krank, Leute. Der ist einfach einzigartig krank. Noch nie sowas wie gestern. Überwältigt mich gerade. Nach schon zwei Dönern. Jetzt kommt die Röstung nochmal dezentral hin. Die Röstung vermischt sich mit den Körnern und dem krossen Brot außen. Es ist zu heftig. Er hat sich erkämpft. Geile Kombi mit der Soße obendrauf. Flosste die nicht im ganzen Dönern, aber mal zwischendrin als kleines, prickelndes Extra, wollte ich gerade sagen. Als kleiner Special. Scheiße, Mann. Ich gebe Jakob die Bewertung erst. Komm, Jakob, setz dich. Jakob hat fast geweint. Das habe ich gesehen im positiven Sinne, weil ich das so getroffen habe. Also das hat mich berührt selber, weil ich gemerkt habe, das hat dich richtig getroffen. Wir haben noch viel Arbeit. Ja. Also ich kann dir eins sagen, Jakob. Dieser Döner war wirklich besser als die vorher. Dein Ferhatbrot, das andere, das ist noch nicht ganz ausgereift. Das hat ein bisschen zu viel dem Fleisch die Show geklaut. Minimal. Das hier war jetzt perfekt. Ich werde dir jetzt eine Bewertung geben, Jakob. Du kriegst von mir 9,3 Punkte für den Döner. Der war absolut Champions League. Dieser Fleischgeschmack, den wir da reingekriegt haben, war einzigartig. An dem Punkt, wo ich sagen würde, sogar das Kernige ist was anderes. Vorher hätte ich gesagt, das Kernige war besser bei den anderen. Jetzt würde ich sagen, das war was anderes. Du kommst vorher jetzt auf die zwei bei mir in Deutschland. Und ich werde nochmal einen direkten Vergleich machen. Das ist immer noch traurig. Ja, natürlich. Nein. Wir haben keine Werbung gemacht. Du solltest nicht kommen. Wir haben dich nicht angeschrieben. Nein. Ich habe schon eine Muffe von hier gehabt. Ich habe gesagt, der soll nach 1, 2 Monaten kommen. Nach so kurzer Zeit, ne? Komm nochmal, schieß uns in die Nummer 1. Weißt du was? Das Ding ist, so wie andere Leute Fußballkanäle abonniert haben, habe ich Dönerkanäle abonniert und Fastfoodkanäle. Und ich kriege alle Informationen direkt. Und meine Vögelchen habe ich überall. Top 3. Danke, Jakob. Wir sehen uns beim nächsten Video. Es folgt diesen Menschen. Mädels. Das ist die Nummer 1. Wenn er etwas sagt, weil normalerweise akzeptiere ich diese Zahlen nicht, aber ich so ehrlich, gell? Wir akzeptieren was du sagst. Nehmen wir ernst. Pass auf, mir ist gerade die Idee gekommen. Wir machen sogar das Video jetzt noch weiter. Wir gehen direkt zu Tonnbull und machen den direkten Vergleich. Ich muss direkt hin, aber ich muss erst mal noch Hunger sammeln. Heute Abend gehe ich noch zu Tonnbull. Und dann wird es direkt die Entscheidung geben, ob das jetzt der beste Döner Deutschlands ist. Ja, das liebe ich. Ich möchte eine Sache gerne noch ins Video eingeblendet haben. Und ihr werdet die Bedeutung von dem, was ich gleich erzähle, erst erfahren, wenn ihr den Videoteil bei Tonnbull seht, dem langjährigen Nummer 1 Döner von mir. Ich habe nach meiner Beurteilung bei Tonnbull den Chef getroffen. Er ruft mich Holle, Holle. Hat er mich damit begrüßt, dass ich zur Familie gehöre, hat mich bei einem anderen Kollegen nochmal vorgestellt, gesagt, das ist Holle, der gehört zur Familie. Und wenn ihr den Teil bei Tonnbull seht, wisst ihr, wie mich das schmerzt. Und ich bin auch nur ein Mensch, das tut so hart weh. Das tut so hart weh. Aber es wird auch nicht der letzte Teil bei Tonnbull sein. Ich hoffe, der wird seine Quali wiederherstellen. Vielleicht war es auch nur Pech. Das ist manchmal so. Aber der Test für heute ist der Test. Und der muss so sein, wie er war. Beziehungsweise die Bewertung steht fest. Viel Spaß. Weiter beim Video. Wir sind jetzt in Frankfurt direkt am Start. Tonnbull gleich da vorne. Ich habe, glaube ich, im Intro schon gesagt, ich glaube, das ist der meistgehasste, aber auch einer der beliebtesten Döner Deutschlands. Alleine schon, weil er den 10-Euro-Preis als erstes aufgerufen hat. Aber sehr viele hassen ihn. Sehr viele lieben ihn. Wir werden direkt da jetzt hin und den direkten Vergleich wagen. Welcher Döner jetzt wirklich besser ist von den beiden? Ich war jetzt ja schon ein paar Mal undercover da. Das können und brauchen wir jetzt nicht auf Zwang machen, denn wir brauchen den direkten Vergleich unter gleichen Bedingungen. Deshalb werde ich zumindest einmal mit Kamera da gleich aufschlagen. Und ja, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn, der Vergleich. So, da ist der Kollege. Ich verbinde damit so viel, Leute, weil so gefühlt alles hier begann. Also jetzt nicht direkt, aber vieles hat diesen Ursprung genommen. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, es ist Fakt. Das finde ich sehr interessant irgendwo. Ich habe den Kollegen Reich gemacht mit meinem Video und den Wellen, die das geschlagen hat. Und er hat irgendwo dadurch auch viel bei mir bewegt. Das ist so ein Ursprung von mir. Also ich würde jetzt mal überhaupt, ohne das Video hätte es auch geklappt, aber irgendwie war das so gefühlt in mir. War das so irgendwie so ein richtig, richtiges, ja, richtiger Startschuss irgendwie. Deshalb verbinde ich viel, viel Geschichte mit. Und wie gesagt, er hat Laden umgebaut, alles. Muss ich es einfach mal so sagen, der Typ hat mir sehr viel zu verdanken. Das ist so ein Beispiel. Ich weiß eigentlich gar nicht sagen. Ich habe ihn nach einem Jahr getroffen. Er hat mich empfangen wie den verlorenen Sohn. Laden umgebaut, neu renoviert, drei Spieße drin auf einmal, nicht mehr ein oder zwei. Noch mal ein halbes Jahr später sehe ich ihn draußen mit Polohemd, Zigarre sitzt er da. Dem Kollegen geht es richtig gut jetzt. Was mich natürlich immer freut, wenn ich jemandem auch helfen kann mit meinen Videos. Auch wenn viele ihn nicht feiern und sagen, die sind jetzt unfreundlich. Da kann ich nichts zu sagen. Also das wäre und ist natürlich scheiße. So, da sind wir jetzt, da sind wir jetzt. Oh, ho, ho. Moin Chef, grüß dich. Hi, servus. Wer ist heute Chef von euch? Ich bin ein anderer Chef und gute Kollege von eurem Chef. Wir machen heute kleinen Döner für mich, ja? Einfach wie immer. Schön alles drauf, ohne Soßen aber. Das ist der alte Laden noch und die haben auch noch einen ganz, ganz neuen Laden. Ich komme gleich nochmal rein, ne? Danke, danke. Wir werden es das letzte Mal machen. Ich habe nämlich hier jetzt auch keinen Standard, weil mein erster Test war hier in der Tiefgarage. Hier bin ich reingegangen. Das werde ich aber nicht machen. Ich habe noch besseren Platz. Let's go, doly go, do. Wenn die Kamera runterrutscht, bin ich am Arsch. Die hängt auf halb acht. Das wäre teuer. Übrigens, ihr seht, es ist dunkel. Das ist jetzt etliche Stunden nach meinem letzten Test. Ich habe mir nochmal Hunger gemacht. Also eins sage ich direkt. Ich könnte es auch oft geheimnistourisch machen und erst nachher alles raushauen. Aber der ersten Eindruck ist es oft besser. Brot ist nicht das von sonst. Ändert an, stinknormales Brot. Nicht so wie sonst. Und das Fleisch ist auch nicht das Fleisch. Was es bei den etlichen anderen Tests von mir waren. Deshalb an alle, die jetzt sagen, oh, nicht schon wieder Tonnen, wohl nicht wieder dies, wieder das. Ich versuche das auch zu vermeiden. Aber wenn sich der Verdacht immer wieder auch erhärtet und alle schreiben, das ist nur noch Kacke gewesen. Das war kein Zufall mehr. Viele haben geschrieben, wer hat sich verschlechtert. Dann musst du das auch testen, einfach weil es beim Ranking drin ist. Wenn es raus ist, hat es keine Relevanz mehr. Kann man es vielleicht irgendwann nochmal reinnehmen. Aber ja, ich muss es natürlich, die Döhne am Ranking muss ich überprüfen. Da kann ich nicht sagen, oh, da habe ich jetzt schon vier Videos gemacht. Das muss. Enttäuschend. Muss ich es sagen, enttäuschend. Da müsst ihr mich auch verstehen. Ich komme nicht von hier, fahre hier fünf, sechs Stunden hin. Ich glaube, ein Jahr ist mein letzter Test her. Ich kann das ja nicht alle zwei Tage testen. Und wenn ihr dann auf einmal nachlässt von der Quali, was soll ich machen? Wirkt mir eher wie ein Putendöner. Das wäre der Hauptteil Pute. Zitronenkern drin gehabt. Wenn ihr jetzt nicht so wild, aber. Aufgepasst. Unangenehmer Geruch, unangenehmer Geschmack so gerade. Muss ich sagen, wirklich unangenehm. Erschreckt, erschüttert, enttäuscht bin ich. Dass es unangenehm wird, hätte ich nicht gedacht. Nicht so gut, vielleicht auf Platz 10 im Ranking oder vielleicht downgradet. Aber er schafft jetzt bei Weitem, bei Weitem nicht mal ins Ranking, weil es unangenehm war. Nicht mehr Ranking, würde ich sagen. Aber so, boah, da traue ich mich gar nicht, eine Bewertung abzugeben. Und der Typ sagt eben noch zu mir, ich kann nicht verstehen. Er sagt, ich kann nicht verstehen. Okay, als ich ihn erst nur neun Punkte gegeben habe. Okay, neun Punkte, aber wie kann Tonnbull über uns sein? Wie kann Tonnbull über uns sein? Habe ich schon oft gehört. Sagt jeder, jeder ist von seinem Produkt überzeugt. Aber das ist schwach, was Tonnbull gerade abgeliefert hat. Aber ganz Real Talk, ich will nie jemanden schlecht reden. Aber durch den unangenehmen Touch. Ehrlich, das ist peinlich, was ich jetzt sage. Mehr als ne 5 von 10 kann ich nicht geben, weil das unangenehm war. Ich weiß nicht, was das am Schluss war. Das geht nicht anders. Tut mir leid, einen Tonnbull Kollegen. Wir müssen aber real bleiben, ehrlich. Aber das heißt für uns, wir haben noch über drei Jahre ne neue Nummer 1. Ich muss das mal verarbeiten. Küsse eure Herzen, dass ihr mich auf dem Weg begleitet. Das ist mein Herzensprojekt. Mir fehlen die Worte. Ich muss das Video so beenden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.